Wie viel hält das Krokodil denn aus? Die halten richtig viel aus. Alter, ich seh die scheiß Hasen hier an den Felsen nicht. Klar das Krokodil ist kein eigenes Krokodil die da gibt. Das ist dann einfach normales Leder. Achso, ja. Wie kann man diesen Beutel eigentlich jetzt erweitern, dass man mehr Steine tragen kann und so? Äh, du fragst mich das nicht. Okay. Das ist irgendwie so eine Kombination die hab ich vergessen. Aus Re, du brauchst auch Re, äh, Leder. Re Fell. Ach, ich brauch erstmal Pfeile. Was brauch ich für Pfeile? Äh, Federn, Holz und... Federn und ein Holz. Dick. Ich bin aber nicht bei der Heimat. Besser? Ich dachte du wolltest zur Heimat. Ja, ich hab hier erstmal noch ein paar Rehe. Ja, Rehe, ich komm gleich, ich komm mit. Ich hab da, äh, ein Reh erwischt. Ist gleich das nächste dran, das ist auch hier in der Nähe. Oder es war hier in der Nähe. Hm, kein Reh mehr. Ah, ich hab mich schon wieder hier im Loch entdeckt. Ich komm, das ist das Loch, äh, das wir gesehen haben, aber nicht hochgeklettert sind. Das könnte ja sehr gut sein, ja. Ja. Wie konntet ihr das eigentlich übersehen? Es sind so viele Löcher hier. Wie konntet ihr die ganze Zeit das nicht finden? Keine Ahnung. Ich dachte, ich laufe euch so nach. Ihr kennt euch schon raus, ne? Vielleicht kenn ich ja auch hier gar nicht aus. Hast du das ein Eichhörnchen? Was? Bring ich eigentlich ein Eichhörnchen irgendwas? Äh, nur Fleisch. Und ne Trophäe. Ey, Koffer. Ey, das ist, äh, Dynamit. Ja? Ich hab Dynamit-Koffer gefunden. Komm, schlag die zu. Ich kann kein Dynamit mehr tragen. Dann helfe ich dir gerne. Ich gucke zuvor noch gerade. Ich gucke, ob ich da noch was aufnehmen kann. Äh, Fackeln. Nee, da ist kein Fleischfackel mehr. Nee, da ist kein Fleischfackel mehr. Oder? Ah, erwischt. Wo ist es hin? Ich will auch ein Karier töten. Das ist einfach so weg. Einfach so. Ich hab mich einfach alleine gelassen. Das ist weg? Ja. Ich hab zwar nur noch einmal treffen müssen. Super. Oh, Mann. Ja, wo du bist, waren die ganzen Krokodile. Biss! Boah, Alter. Du hast sie gefunden. Boah, Alter. In dem Moment, wo du dir das gesagt hast, ich hab Blumen und Bären gegessen. Ich hab nicht gesehen, dass sie giftig sind. Und in dem Moment, wo du sagtest, dass es die Krokodile waren, kriege ich Schaden. Deswegen dachte ich erst mal, die wären Krokodile. Oh, hier ist eins. Direkt vor dir. Ja. Na komm her, du Krokodil, du bist türkig. Biss ja angegriffen. Hab's get Mis... Nein, noch nicht. Oh, 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 oh! Jetzt. Alter, alter. Alter, alter. Ich kann dir richtig gerne aufhören, also, ich dachte, du kommst mit einem Wurm, Speedboard. Ich komm mal rüber zu dir. Ach, da ist das weh, ok. Alter, ich hab's nochmal getroffen. Alter, wo ist es hin? Ich hab ja auch das weh verloren. Hier sind noch, hier sind zwei Stück bei mir. Warte, warte, warte. Das kriegen wir, das kriegen wir. Wer ist noch ein zweites? Alter! Ach, für mich, ich hab keine Feine mehr. Ich hab grad zwei auf einmal verschossen, ne? Ja, endlich hab ich's über mich. Nein! Hm, komm her. Oh, die ist noch mit dem Neuesten wie mir gewesen. Okay. Da an, kriegen die jetzt noch die Tour. Nein, hier sind noch Prokodile jetzt wieder. Nein! Ich hab halt's angerufen. Ich probier mich an die Rentiere anzuschleichen. Wo bist du? Ich schleiche den Teil hinterher. Ich hab's verloren aus den Augen. Also ich hab's noch feiert. Jetzt hab ich noch 32. Jetzt hab ich nur noch 18. Ah, jetzt seh ich dich wieder. Ich muss wieder Federn sammeln. Oh, wir kommen ins Schneegebiet. Darf ich mit bestimmten Eis pickeln? Ja, ich hab's erledigt. Ja, ich hab's erledigt. Dafür bin ich... Ich bin jetzt im Eisbio. Möchtest du vielleicht vorbeikommen? Wir sind doch gewonnen. Ich such grad noch das Reh. Und sehe, ich hab zwei gejagt. Ja, ich hab eins davon getötet. Also... Nein, ich hab zwei andere gejagt. Ich muss was essen. Lagerfeuer. Den Eis pickel finden wir locker hier irgendwo. Ja, machen wir ihn nochmal. Ja. Ich esse noch irgendwas. Dann geh mal in Richtung Heimat und guck mal, was ich dann da... noch so schönes mache. Ich geh den Wildschlag. Ich stehe auf den Kopf, wenn ich das hierher höre. Ja. Ja, das ist weiter. Ichцache. Vem nicht so weiter für mich. Ja, ich seh so ein paar von hier. Da kommt doch einer von meiner Richtung. Ja, hier ist keine Ausdauer mehr. Ich muss das essen. So, wo war das Daggerfeuer? Wo ist das Fleisch hin? Wer sagt doch noch irgendwo das Fleisch? Nein, Fleisch. Super, muss ich mir ein neues Lagerfeuer machen? Ich mach noch mal die Zeichen für schlechtes, das was freut man. Das ist verdorben. Seh dich, Mario. Auch super, einer der dort Bewohner ist und kommt und bringt jetzt so neue Kolonne. Komm zu mir. Ja, ich muss erstmal noch essen. Okay, da unten kommt er schon. Ich hab den wie jetzt nicht so gut. Oh jo, da ist schon noch einer. Ja. Hast du die getroffen? Ne, du brennst doch nicht. Also, du hast doch nicht getroffen. Der eine ist tot, wenn er zu fallen. Okay. Nein, sie lebt noch. Sie hat gelebt. Okay, wangen wir los? Ja, wir kommen wieder zurück. Und... So, ja, weiter geht's. Ganz schön windig hier. Ach ja, ähm. Pfff. Hehehe. 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 Ist das auf dem Wohler? Wollt ihr kommen? Hm. Die haben schon mal die Sachen spawnen, ne? Die sind schon rein. Ach, nach hinten siehst du auch noch. Ah, okay. Hält aber echt die Bursche. Okay. Sehr Bursche. Oh, ist da. Du hast in seinen Mund gesägt. Hehehe. Oh, Vorsicht. Alter, wenn wir so neben mir laufen, dann könntest du nicht so, wenn du hinter mir bist und runterfällst, dann komm nicht drauf. Nicht Pilz essen, Böwe. Oh, drei Dorf und Wunder hier. Ja. Wo? Okay. Hey, was haben wir denn hier? Ach ja. Kann hier ist ja alle aufsammeln, die ganzen Bären. Äh, wie geht das mit aufsammeln? Du musst den auf... Du musst den, äh... Ach, da ist es. Oh, das ist ein Krokodil hier. Vorsicht, es kommt zu dir. Krokodil bei dir. Okay. Ja. Ha, ein Seil. Ich geh weiter, ne? Du? Und die ganzen Koffer eigentlich noch auf... Sind wir noch mehr gewesen? Habt ihr mehr gesehen. Oh, Tatsache. Bätarier gesammelt. Oh, fuck. Wieder so ein Krokodil. Bätarier gesammelt. Oh, fuck. Wieder so ein Krokodil. Ich geh auch schon wieder ein, aber ich seh's grad nicht. Ach, hier ist es. Bleib hier. Bleib hier. Wieder noch nicht gespielen. Oh, okay. Ich hab's. Oh, der mit dem Fleisch. Der geht schon weiter. Oh, guck mal hier. Hallo. Hat er uns bald schon getötet. Ui. Ui. Ich guck mal, was er aussieht. So. So. Nächster. Da hoch geht dann. Ah, Maury. Bleib da oben. Ich soll gucken, ob da noch Dynamite oder so das liegt. Kann mir keinen Dynamite mehr aufnehmen. Oh, was viel besseres? Zwei Tennisbälle. Wow. Und bisschen Geld. Kleingeld. Kleingeld. Ich mach lieber auf den Heimweg. Jetzt aber wirklich. Ne, da kann man auch hochklettern. Ja. Hab ich gesehen. Ich glaube, hier auch. Das ist wieder hochklettern. Geht nicht. Ich kann nicht einfach hochklettern. Hab ich gesehen. Ich glaube, hier auch. Das ist wieder hochklettern. Geht nicht. Ich kann nicht einfach hochklettern. Wasser ist. Ich hab's aber schon mal geschafft im Wasser. Ich hab's aber schon mal geschafft im Wasser. Hast du einen Beweis dafür? Ja. Ich hab's gesagt. Das ist Beweis genug. Alter, ich hab so viel Fleisch dabei. Ich muss das alles aufhängen aufs Reck bevor es vergammelt. Ja, stimmt. Dann haben wir doch Reck. Ja, zwei ganze haben wir ja. Zorn. Aber keine Köpfe. Ja. Oh, nein. Es ist ja so zu regnen. Ich hab' nur Lust, dass wir keinen Witz bekommen. Das wär' mega scheiße. Geht das? Ja. Ah, wir sind ja schon da. Cool. Wir brauchen einen Kochtopf. Das ist das Wichtigste jetzt. Haben wir einen? Nein. Dann können wir wieder einen Schwarz. Was willst du mit dem Kochtopf machen? Hartz sammeln. Was sammeln? Hartz. Ach so. Ja, stimmt. Ähm. Jetzt kriegen wir vielleicht dahinter auf der anderen Flussseite im Dorf wieder. Ja. Und auf geht's nach Hause. Hui. Ich bin da. Ich bin da. Wir müssen in unserer Homebase auch noch so'n Dings aufbauen und so'n... Trink-Ding. Ach so, ja. Boah, ich weiß grad, das sind so'n Sammelbehälter für Trinkwasser. Kann ich den irgendwo hier in der Nähe aufbauen? Ja, setz den aber in die Küche rein. Am besten. Vielleicht so auf... Oder hier? Obwohl, ne, ne, ne. Hier kommt ja später noch ein Dach drüber, ne. Von daher wär's ein bisschen blöd. Ähm. Hier? Ähm. Ja. Ja, nicht so auf die Ecke, weil da geht's ja später vielleicht noch weiter. Setz das mal hier so, daneben. Hier so, ne? Ja. Aber von da aus muss'n wir später noch nen Gang weiterbauen. Und jetzt genau jetzt hat's aufgehört zu regnen. Das ist echt schön. Ich hab' mir ein bisschen's aufgehangen. Wir brauchen noch'n Rick. Glaub ich. Ach so, du bist nach Mauspit verschieben. So. Ähm. Ja gut, wir haben ordentlich viel. Wir brauchen noch eins. Was ich schon gesagt hab, was wir auf jeden Fall bauen müssen, ist, ähm. So. Wir brauchen noch nen Garten später. Ja. Drehen, 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 drehen. Da brauchen wir noch was. Und. Da brauchen wir auch noch was. Das. Okay, ich hab' mal ganz gleich hingelegt. Hast du da müssen paar Bäume zu fällen? Nein. Ich will's echt aufhören. Okay. Ah, ich muss nochmal schneiden. Ja, kein Problem. Aber jetzt werd' dann so echt müde. Dummer Schlein, tue es für die Zuschauer. Fick auf die Zuschauer. Müssen wir speichern. Ja, speichern können wir bis jetzt noch hinten auf dem Schiff. Du bist auch ziemlich hochgesprungen, so aus dem Nichts. Ja, ich meine nicht, wie weit man so springen kann. Also erstmal speichern. Ja, einfach nur speichern, während ich darf, muss man nicht. Ich habe gespeichert, okay. Du hast gespeichert? Ja, gehts raus. Okay. Jo, dann werde ich die Aufnahme nochmal beenden für heute. Das reicht nämlich. Tschö. Und dann sehen wir uns wieder mit euren Holzfällen mit der Gätssäger. In der nächsten Folge. In der nächsten Staffel, wollte ich sagen. Ah, nicht in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession. Je nachdem, was ihr üben bleibt. Okay. Dann bis... Dings. Ciao. 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 Ciao.